Joa! Okay. Sonst auch irgendwelche Leib eingehen und ich... Gut, hier hakt Holz. Da geht's schon ab, okay. Eieiei. Es wohnt eigentlich irgendjemand in diesem kleinen Wohnhaus. Hier wohnt niemand, ja? Ist das toll. Ich weiß, was ich da... ...mache. Okay. Ähm... Du hast nur 6000 im Steinbuch, das ist ja wenig. Ihr habt eine neue Serie erforschen lassen. Kennst du schon das neue Epic Rap Battle? Warten. Moses vs. Santa Claus. Dafür haben die Snoop Dogg bekommen. Was? Ja, die haben Snoop Dogg bekommen. Geil. Kommt gleich. Warte, ich muss hier aufpassen. Bei der... Das ist okay. Dario, stelle ich mir einfach da hin. Okay. Mhm. Machen wir das, machen wir das, machen wir das. Okay, ähm... Leib eigentlich, ich muss mal gucken, was ich jetzt alles bauen kann. Ich kann das bauen, ich kann das bauen. Geil. Das ist so stylisch. Okay. Ah, cool, ich kann wieder eine Mine bauen. Leute, wo seid ihr hier? Äh, nein, dann nehme ich halt nur die. Ohne Steinmine hinten rein. Okay. Was ist einer? Wirklich. Gut. Ähm, ich lasse mal da ein bisschen bauen. Und hier wird schon der schöne Erforschung wieder, wenn ich noch mal bauen kann. Okay, kann ich mal gucken. Ich würde das gerne mal. Ich brauche Holz. Aber brauche ich Lehm. Toll. Das ist doch super. Also, ich weiß gar nicht, ob ich... Natürlich aus... Ja, ausbeuten könnt ihr ihn mit Geschützen ausstatten. Ja, das weiß ich schon. Aber ich weiß nicht, komm, dafür muss man den... Leonal, Brudavinci, die Erforschung. Ja, auf jeden Fall. E-Fisch-Bettel-Festory. Neos mit Essek-Newton. Okay. Kann ich jetzt ausbauen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich baue irgendwann mal einen Tipo zu einer Festung aus. Hallo, Arbeiten, Leute. Ihr Gelehrten Arbeiten. Fertig, Meister. Oh, fertig. Hier hinten, fertig. Gut, ja, jetzt bekomme ich richtig für Cash. Oh, jetzt geht aber das... Das geht jetzt aber schon. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reis. Das nächste Epic-Rap-Battle kommt am 11. Februar raus. Habe ich gerade mal gepuckt. 11. Februar, das soll doch mal sein. Oh, nur ein paar Tage. Wir konnten die Räuberbande auf dem Hügel ausspionieren. Sie planen in Kürze einen angeborenen Siedlung. Seht euch vor. Und bringt eure Truppen in die Tür. Was ist denn mit hier los? Hast du irgendwie irgendein Problem oder was? Das haben die meisten. Gut, bleiben wir hier unten. Leute, ihr kommt auch mit runter. Muss mich aufpassen, dass ich hier gleich diese fucking Räuber nicht komme. Fallen die von mir, ja? Ich bin hier ganz nett, ne? Aber kleines Dorf, ne? Und dann kommen die einfach ran und wollen mich fertig machen. Also, ich würde schon sagen, so geht das nicht weiter. Okay, Sergei Müller. Was? Was? Die sind schon da. Was zur Hölle? Wo? Kommt her. Jetzt ist doch noch ein Wolf. Da. Oh, fuck. Das ist immer nicht wenig. Äh, was ist da los? Feinde haben einen Held attraktiviert. Komm, macht sie da. Jakob Strelow kann seinen Namen tanzen. Who the fuck? Der hat sich irgendwie mit einem Luftballon reich getauscht. Keine Ahnung. Ich will das ja auch nicht weiterlesen. Ist mir zu langweilig. Ein Typ, der jetzt irgendwie reich ist. Ein Sägewerker beginnt, weil er seinen Namen tanzen kann, weißt du? Ach, Gott. Das ist mir befehlt. Es gibt nicht... Gut gemacht, Herr. Aber die Räuber kommen bestimmt wieder. Ich konnte in ihrem Lager einen Plan finden, wann der nächste Angriff stattfindet. Sehr gut. Ich werde euch die Zeit anzeigen, wenn ihr erlaubt. Das ist doch mal schön. Ups. Sorry, es bleibt da. So. Sägemüde. Alles nicht verfügbar, natürlich. Okay, euch... Oh, okay, ich kann ein Lager bauen. Nee, erst mal versuche ich eine... Ähm... Kaserne zu bauen. Brauche ich noch ein bisschen Stein, dass... Ah, das dauert gar nicht mehr so lang. Hallo, Leute da hinten. Arbeiten. Mein Gott. Jetzt kleidet er hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und jetzt schwingt er seine schicke Axt. Kame, Kame. Ah, tsch. Plus vier, plus vier, plus vier, plus vier. Kommt schon noch ein bisschen. Kommt schon. Ha, geht hoch. Okay, lassen wir uns mal eine schöne Kaserne hier bauen. Ach, Scheibenkleister. Jetzt sieht man das hier gar nicht mehr, oder? Ist ja voll... Schwingkleister. Egal. Ich habe auch keinen Bock, die jetzt abzureißen. Oh. In... Ungefähr vier Minuten kommen die Räuber. Ist mal gar nicht so gut. Okay. Ähm... Gucken wir mal. Okay, ich kann jetzt nichts mehr bauen. Ich baue mir noch später Aussichtstürme. Ich baue hier aber auch ein bisschen... Wo ist eigentlich das ganze Eisen hin? Ich brauche jetzt mal einen Leib eignen. Na, ich brauche Holz. Der ist aber alleine und hackt da. Ne, ich gehe auf Dario. Dario, komm mal mit. Und ich wollte gerade gucken, ob hier irgendwo vielleicht eine Eisenmine ist. Nö, da ist nichts. Ich sehe nichts. Also, ich sehe gerade echt nichts. Ich habe getan, was ich wollte. Oh, ist die Eisen. Warum gibt es hier keine Eisenmine? Seht ihr vielleicht irgendwas? Okay, ihr habt getan, was ich wollte. Was wollte ich denn? Ich wollte Eisen haben. Das habt ihr aber nicht getan. Ihr könnt jetzt mal schön Stein hacken. Es gibt immer nur 50 Steine, nicht. 153. Okay. Hier steht gerade, dass ein Islamist Merkel und den Obama tot sehen will. Und Terroranschläge in Deutschland verüben will. Okay. Das ist gar nicht gut. Aber... Ich finde... Ich verstehe diese Leute einfach nicht, die wegen ihrer Religion... oder... ...wegen so einem anderen Denken einfach Leute töten. Leute, kommt mal klar. Ja. Mit eurem Leben. Also... Mach doch mal hier. Ja, das meine ich. Das brauche ich nicht. Jari hat noch genug Leben und der kämpft gegen die Alleine. Das schafft er schon. Achso, okay. Okay, das schafft er nicht. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Jetzt rennen sie. Komm, töte ihn. Ihr habt es so gewollt. Wenn wir die ganze Zeit draufhauen, während die Leute da einfach noch rumstehen. Jetzt nicht mehr. Jetzt hole ich mir, glaube ich, mal schnell einen Trupp nach hier hinten. Der hat nicht mehr so viel Leben. Ich muss aufpassen. Wenn er bei 100 Leben ist, dann muss er aber wegrennen. Muss er aber schnell rein. Wenn ihr mal was Lustiges sehen wollt, dann gibt es bei YouTube einfach mal Affe mit AK ein. Da sind halt so Melizen, schwarze Melizen. Und die geben einem Affen ein AK. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was da rauskommt, aber hammergeil. Zeige ich dir einfach. So, hier. Okay, mein Trupp. Fuck, alter Scheiße. Ja, mein Herr. Hm. Hä? Weiter. Weiter. Wie die sich freuen, ey. Haha, jetzt schießt er. Und jetzt am Ende, das ist das Geilste. Genauso wie so eine Miliz nimmt er die AK nach oben und... Äh, 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 äh. Fehlt nur noch, dass er in die Luft schießt. Okay. Oh, fuck, die Bösen kommen. Muss immer aufpassen. Dann fahren ist Eisen wieder genug. Ach, es wird ja gar kein Eisen gehackt. Ja, mein Herr. Oder auch, geil. Frau kackt in den Supermarkt. Alter, was fuchst du dir an, Simon? Alter, das ist... So lustig. Das ist einfach nur ekelhaft. Aber in einen Supermarkt, Alter. Und ne Kamera nimmt das auf, ja? Das ist ekelhaft. Alter, was hast du für einen Humor? Bitte, Simon. Sehr dunkel. Wollt ihr aber einen unserer Klasse nicht verheirern? Mit unserem dunklen Humor. Achso, meinst du denn? Wieso? Ich kann den gar nicht verheirern. Ich bin ja Freund. Kann schon verheirern, aber Freund ist du. Böse, äh, warte mal kurz. Ich muss auch verheirern. Ich muss auch verheirern. Alter, wie das abgeht. Dario. Alter. Dario. Wir müssen die erstmal alle töten hier. Wie geht das denn hier ab? Wie geht das denn hier ab? Wir müssen die